Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Zum Beispiel gibt es Menschen, die besonders diese Gaufe für die Falschheit haben, das ist nicht eine Gaufe von Gott, das ist ein Wort von Beiselfin, das sie geliebt haben, und das hat Judas. Heikon komme in Markus 14, 45 sei, mein Lehrer, mein Lehrer, in einem Kuss bereise, und dort wird er täten, zum Arm, der fängt über ihr. So Menschen, die uns besonders teuer tunen sind, und die so viel Gaufe für uns reden und zu uns seien, du möchtest, dass wir nicht doll auf diese Menschen vertrauen, als auf Gott. Weil Gott ist der Einzige, der immer die Wahrheit sagt. Wie alle, wie alle sind im Staunen, Falsch zu sein, weil wir das auch nicht so haben wollen. Aber die Falschheit ist ein Teil von dem Sinn, der in unserem Hut nicht geboren ist. Und muss der Jesus Christus tun, wie wir lernen, eine Wahrheit zu leben, eine Wahrheit zu reden mit unseren Geschwistern. Und in einem Leben, auch zu sagen, weil wir verschiedene Menschen werden. Aber diese Falschheit, das bringt für uns große Wunden und Rekhottes. Erholt uns, dass wir die Wahrheit reden, unternommen, als Geschwister am Herrn. Nehmt du an dem Hut alle Falschheit rüten. All das, was der Beise findet und nicht geplant hat. All das, was der Sinn über den Kopf gestalten hat in unserem Hut. Das, was der Träsch dreht. Dass wir ganz einfach, leifthulisch, in Worten sind. Das bete ich in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Aber dem nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das wird eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de hoy. Töp, wie der Name Jesu gerade schreibe über Paraguay in der Welt. Kontaktier uns in der Info arroba JesusResponde.com Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!